Andreas Nikolaus Niki Lauda ist ein ehemaliger österreichischer Automobilrennfahrer, Unternehmer und Pilot. Er startete zwischen 1971 und 1985 in der Formel 1 und wurde in dieser Zeit dreimal Weltmeister. Herkunft und Privatleben Niki Lauda ist der Sohn von Ernst Peter Lauda und dessen Ehefrau Elisabeth sowie ein Enkel von Hans Lauda. Sowohl der Vater als auch der Großvater waren einflussreiche Industrielle, wodurch Lauda in einem wohlhabenden familiären Umfeld aufwuchs. Mit 15 Jahren kaufte er sein erstes Auto, einen VW Käfer Cabriolet, Baujahr 1949, mit dem er nach eigener Aussage jeden erdenklichen Blödsinn machte und das ihn mehr kostete als das Taschengeld hergab. Deshalb arbeitete er in den Ferien als Lastkraftwagenbeifahrer. Seine Familie war gegen seine Ambitionen im Motorsport, weswegen der zielstrebige Lauda sich mit ihr komplett überwarf. In der Folge nutzte er allerdings seinen in Österreich bekannten Namen, um sich bei verschiedenen Banken Kredite zu besorgen, mit denen er dann seinen Weg bis in die Formel 1 finanzierte. Lauda ist zum zweiten Mal verheiratet. Nachdem er jahrelang mit Mariella Reininghaus verlobt war, lernte er 1975 Marlene Knaus kennen, die er 1976 heiratete. Die Ehe wurde 1991 geschieden. 2008 heiratete er Birgit Wetzinger. Aus seiner ersten Ehe stammen die Söhne Lukas Lauda und Matthias Lauda aus der zweiten, seine 2009 geborenen Zwillinge. Ferner hat Lauda einen Sohn aus einer außerehelichen Beziehung. Laudas Sohn Matthias fährt seit 2002 wie zuvor sein Vater Automobilrennen. Als Manager betreut ihn sein älterer Bruder Lukas. Sportliche Laufbahn Als 1-9-Jähriger bei seinem ersten Rennen, dem Bergrennen am 15. April 1968 in Bad Mühlacken wurde Lauda mit einem Mini Cooper S-1300 auf Anhieb zweiter seiner Klasse. 1969 startete er mit einem Kaiman, gesponsert von der ersten österreichischen Sparkasse Wien in der Formel V. In der Formel 3 überstand Lauda in 1970 mehrere spektakuläre Unfälle. Er bezeichnete daraufhin die Formel 3 als Wahnsinnsformel, in der er nicht länger ein Wahnsinniger in einem Feld von zwei Dutzend Wahnsinnigen sein wollte und wechselte in die Formel 2. Um Geld für den Einstieg in die Formel 1 zu verdienen, fuhr er zu Beginn der 1970er Jahre Sportwagenrennen auf Porsche 908 Halbe und Tourenwagenrennen. 1973 gewann er U.A. mit einem BMW Coupe das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Laudas erstes Formel-1-Rennen war der große Preis von Österreich am 15. August 1971 für Machford, in dem er ausfiel. 1972 kaufte sich Lauda mit einem Kredit der Raiffeisenbank in Höhe von 2 Millionen Schilling ein Cockpit bei Machford. 1973 fuhr er für das britische Team BRM einen Zwölfzylinder, mit dem er beim großen Preis von Monaco auf dem dritten Platz liegend den Ferrari von Jackie Ickx auf Distanz halten konnte. Worauf Enzo Ferrari ihm einen Vertrag für 1974 anbot. Ferrari war zu der Zeit mit Sportwagen erfolgreich, aber in der Formel 1 hatte das Unternehmen seit 1964 keine Weltmeisterschaft mehr gewonnen. 1973 trat Ferrari bei einigen Grands Prix nicht an. Lauda bildete mit dem Leiter der Rennsportabteilung, Luca di Montesemolo, und Konstrukteur Mauro Forgieri künftig ein erfolgreiches Trio, welches Ferrari zurück zur sportlichen Relevanz führte. Lauda bestätigte die sportliche Leitung in dem Entschluss, die Sportwagen aufzugeben und sich voll auf die Formel 1 zu konzentrieren. Auf der hauseigenen Teststrecke bei Fiorano wurde das neue Modell getestet und weiterentwickelt. Als 1973 der Brite Roger Williamson in Sandwort verunglückte und in seinem Mach verbrannte, fuhr Nicky Lauda, wie einige andere Fahrer auch, an dem brennenden Wrack vorbei, ohne zu helfen. Lauda führte das darauf zurück, dass die Situation in der kurzen Zeitspanne schwer erkennbar war, da im Nebel nur ein Fahrer zu sehen war, der ein Fahrzeug löscht. Durch einen Reporter verärgert, entglitt ihm zunächst die Aussage. 1974 war Ferrari mit dem neuen 312 B3 wieder erfolgreich. Lauda errang seinen ersten Grand Prix-Sieg beim großen Preis von Spanien in Yaramah am 28. April 1974 verpasste aber den Weltmeistertitel in Folge einiger Ausfälle, wie Z. B. der Kollision mit Jody Schechter kurz nach dem Start zum großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring, während Teamkollege Claire Regazzoni dort den Sieg erzielte. Auch war er seinem Teamkollegen Regazzoni im internen Duell unterlegen. Am Saisonende war Lauda mit 38 Punkten Vierter in der Weltmeisterschaft. Er gewann zwei Rennen, den großen Preis von Spanien und den großen Preis der Niederlande. Weltmeister wurde er massen für Tipalti auf McLaren vor Laudas Teamkollegen Regazzoni. Erste Weltmeisterschaft 1975-1975 gab Lauda im nochmals weiterentwickelten Modell Ferrari 312T des Konstrukteurs Mauro Forgieri mit 5. Saison siegen den Ton an und fuhr unter anderem als erster und einziger Fahrer auf dem damals 22,8 Kilometer langen Nürburgring im Training zum großen Preis. Von Deutschland mit 6,58,4 Minuten, eine Zeit von unter sieben Minuten, nachdem er im Vorjahr teils noch im Schatten Regazzonis gestanden hatte. Zum Ende der Saison verließ Luca die Montesemolo Ferrari, um im Management des Mutterkonzerns Fiat zu arbeiten. Montesemolo wurde durch Daniele Odetto ersetzt, der mit Montesemolo frühe Langstreckenautorennen gefahren war. Lauda hatte in der Folge ein eher angespanntes Verhältnis zu Odetto und war mit ihm wiederholt uneins in Fragen der Teamstrategie. Saison 1976 und Unfall am Nürburgring in der ersten Hälfte der Saison 1976 war Lauda erneut überlegen, gewann 4 von 8 Rennen. War dank des enorm zuverlässigen Ferrari 312T nur einmal nicht unter den ersten 3 und führte die Weltmeisterschaft klar an. Obwohl er sich bei einem Traktorunfall auf seinem Anwesen nahe Salzburg zwei Rippen gebrochen hatte und den Grand Prix von Spanien nur mit Schmerzmitteln fahren konnte. Lauda lernte durch den Unfall und die Rehabilitationsphase Willi Dungl kennen, der vorher bereits mit dem österreichischen Olympia-Team zusammengearbeitet hatte. Dungl spielte in der Folge als Laudas Physiotherapeut in seiner gesamten Sportkarriere eine wichtige Rolle. Lauda erzielte auf dem Nürburgring nach James Hunt die zweitbeste Trainingszeit, die jedoch in Folge von Regeländerungen langsamer als im Vorjahr war. Vor dem großen Preis von Deutschland am 1. August 1976, der nach Auslaufen eines Vertrages als letztes Formel-1-Rennen auf der Nordschleife des Nürburgrings feststand, regnete es. Außer Jochen Maas, der viel Erfahrung am Ring hatte, starteten alle Fahrer das Rennen auf Regenreifen. Auf abtrocknender Piste wechselten sie nach der ersten Runde auf Slicks, nur Ronny Petersen fuhr mit Regenreifen weiter. Die Ferrari-Mechaniker waren langsamer als die meisten englischen Teams, Lauda lag in der zweiten Runde nur im hinteren Mittelfeld. Überholte jedoch bald einige Konkurrenten. Kurz nach Passage des Adenauer Ortsteils Breitscheid verunglückte er vor dem Streckenabschnitt Bergwerk. Das Fernsehen hatte dort keine Kamera, aber zwei Amateurfilmern gelang es, Aufnahmen von dem Unfall auf Super-8-Film zu machen, die an den folgenden Tagen veröffentlicht wurden. Das internationale Medieninteresse an diesem Ereignis war über Wochen hinweg groß und besonders die deutsche Boulevardpresse schrieb intensiv über Laudas Unfall und dessen erlittene Gesichtsverletzungen. Amateurfilmaufnahmen eines französischen Zuschauers lassen erkennen, wie der Ferrari 312T2 nach der Durchfahrt des Linksknicks, der heute inoffiziell nach Lauda benannt wird, plötzlich nach außen abbiegt, gegen eine Felswand prallt. Entlang der Fahrbahn schleudert und in Flammen aufgeht. Die fast 200 Liter Benzin im Fahrzeug liefen teilweise aus und entzündeten sich sofort. Lauda wurde kurz bewusst los. Einige nachfolgende Wagen stießen gegen Laudas Fahrzeug, andere konnten noch anhalten. Es bildete sich ein Stau, die Strecke war blockiert, das Rennen musste abgebrochen werden. Die Piloten Brad Lunger, Guy Edwards und Harald TRTL versuchten Lauda zu retten, doch erst Arturo Merzario gelang es, Laudas Sicherheitsgürte zu lösen. Während TRTL die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen konnte und Lunger Lauda nach über einer halben Minute aus dem brennenden Wrack heraus half. Lauda, der einen speziell modifizierten AGV-Helm mit extra dicken Schaumpolstern für einen größeren Tragekomfort trug, hatte diesen im Feuer verloren, nachdem die Schaumpolster sich komprimiert hatten und der Helm vom Kopf gesprungen war. Lauda, der wiederum bei Bewusstsein war und unter großen Schmerzen über die Strecke taumelte, wurde von dem nun ebenfalls hinzugeeilten John Watson abseits der Strecke hingelegt. Während er im Cockpit eingeschlossen war, hatte er sich Verbrennungen am Kopf zugezogen. Da die Kopfhaube nur im Gesichtsbereich aus mehreren Lagen schwer entflammbaren Materials bestand und im Helmbereich dünner und komfortabler ausgelegt war, weil ein Verlust des Helmes nicht einkalkuliert war. Zudem atmete Lauda giftige Dämpfe ein, die die Lunge verätzten. Die Ursache des Unfalls wurde nie offiziell bekannt gegeben. Niki Lauda selbst schreibt in seinem Buch »Meine Story« von 1985, dass er es für am wahrscheinlichsten hält, dass der rechte hintere Längslenker ausgerissen sei. Dadurch würde sich das rechte Hinterrad nach hinten wegdrehen und das Auto plötzlich nach rechts abbiegen. Ursprünglich sollte der Rettungswagen der Rennstrecke folgend Kilometer weit bergauf fahren und dann auf der Landstraße wieder bergab nach Adenau zum dortigen Krankenhaus. Auf Einsatz von Hans-Joachim Stuck wurde jedoch bei nun abgebrochenem Rennen nicht dieser ca. 20 Kilometer lange Umweg gemacht, sondern entgegen der normalen Fahrtrichtung zur nur wenige 100 Meter entfernten Ausfahrtbreitscheid gefahren. Diese meist langen Distanzen für Rettungsfahrzeuge waren einer der Gründe für die Entscheidung. Die 22,8 Kilometer lange Nordschleife nicht mehr für Formel-1-Rennen zu nutzen. Nach dem Neustart gewann Hund auf McLaren das Rennen. Vom Adenauer Hospital wurde Lauda zuerst mit einem Hubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Goblins geflogen. Dann in das Unfallkrankenhaus Ludwigshafen, wo ein schwer verbrannten Zentrum vorhanden ist. Dort erwiesen sich jedoch die Lungenverätzungen durch das Einatmen des giftigen Rauchs der Kunststoffkarosserie und des Löschschaums als viel kritischer als die Hautverbrennungen. Lauda fiel ins Goma, er erhielt in der Klinik die Krankensalbung. Er erholte sich jedoch rasch, auch dank der erneuten Unterstützung durch Willi Dungl, der als Therapeut den Aufbau von Laudas Physis leitete. Dessen Ernährung umstellte und als sein Masseur fungierte. Bereits 42 Tage später, nach zwei verpassten Rennen, fuhr Lauda beim großen Preis von Italien einen von nun drei Ferraris. Da Carlos Reutemann schon als Ersatz verpflichtet worden war, was Lauda nicht gut hirte. Wir konnten uns niemals ausstehen und anstatt mir Druck abzunehmen, bürdeten sie D.H. Ferrari mir noch mehr auf, indem sie Carlos Reutemann engagierten. Lauda wurde vierter, mit Blutendenwunden. Durch die Brandverletzungen an den Augenlidern konnte er kaum blinzen und war in der Sicht eingeschränkt. Obwohl er bei dem Rennen zum ersten Mal seinen Retter Arturo Merzario widersah, bedankte er sich nicht für die Rettung, was er später bereute. Zahlreiche Operationen und Transplantationen folgten. Die beiden Rennen in Amerika gewann Hund. Lauda wurde lediglich einmal dritter, Lauda erklärte dies mit dem unter den kühleren herbstlichen Bedingungen weniger konkurrenzfähigen Ferrari. Beim letzten Rennen, dem großen Preis von Japan in Fuji, war Lauda auf dem dritten Startplatz hinter Hund, der seit dem Unfall vier große Preise gewonnen, aber noch drei Punkte Rückstand in der Fahrerwertung hatte. Die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewann Ferrari, denn Regazzoni hatte mehr Punkte gesammelt als Jochen Maas. Der Start wurde bei strömendem Regen und Nebel lange verschoben, es wurde dann aber doch gestartet, bevor es zu dunkel wurde. Lauda stellte seinen Wagen nach der zweiten Runde aus Sicherheitsgründen ab. Der zweite noch aktive ehemalige Weltmeister Emerson Fittipaldi tat dasselbe, ebenso wie Carlos Pace und Larry Perkins. Das Angebot vor Gieres als Grund für Laudas Ausscheiden einen technischen Defekt anzugeben, lehnte Lauda ab. Hund führte zeitweise, fiel dann aber nach einem Boxenstopp zurück. Er glaubte den Titel bei Überquerung der Ziellinie zunächst verloren und er fuhr erst beim Einparken in der Boxengasse von seinem Triumph. Er wurde dritter und gewann den Weltmeistertitel mit einem Punkt Vorsprung. Auch ausgelöst durch Laudas Unfall und die monatelange Berichterstattung der Massenmedien kam es langsam zu einem weiteren Umdenken. Was die Sicherheit der Strecken und Fahrer betraf und schrittweise wurden in den kommenden Jahren die Sicherheitsbestimmungen verschärft. Lauda wurde 1977 ein zweites Mal Formel 1 Weltmeister. Aber schon vor Saisonende kam es zu erneuten Differenzen mit Enzo Ferrari, da Lauda für 1978 einen Vertrag bei Brabham unterschrieben hatte. Brabham's Besitzer, Bernie Ecclestone, der spätere Chef der Formel 1, hatte bereits seit Ende 1975 wiederholt versucht, Lauda zu verpflichten. Die letzten zwei Rennen bestritt schon sein Nachfolger Gilles Villeneuve an Laudas Stelle. Sein letztes Rennen für Ferrari war somit das drittletzte der Saison in Watkins Glen, der große Preis der USA am 2. Oktober 1977. Zu diesem Zeitpunkt stand der Titelgewinn Laudas aber schon fest. Lauda äußerte später Unzufriedenheit über Ferrari. Meine letzte Saison bei Ferrari war, ob schon ich meine zweite Weltmeisterschaft gewann, die schlimmste. Ich litt immer noch unter ihrer Reaktion nach meinem Unfall. Dazu kam, dass ich mit Regazzoni als Teampartner sehr glücklich gewesen war und Reutemann nicht wollte. Die rote Kappe des Brabham-Sponsors Parmalat wurde zu Laudas Markenzeichen. Obwohl die neuartigen Lotus dominierten, errang Lauda 1978 einige Erfolge. Am Saisonende war er Vierter in der Weltmeisterschaft. In der Saison 1979 trat Lauda während des Trainings zum großen Preis von Kanada zurück. Er begründete dies mit mangelnder Motivation und dem Satz. Ich will nicht mehr im Kreis fahren und widmete sich der Fliegerei bzw. dem Aufbau einer eigenen Fluggesellschaft. Nebenbei kommentierte er im Fernsehen einige Formel-1-Übertragungen. 1982 Rückkehr in die Formel-1 zur Unterstützung seiner Fluglinie kehrte er 1982 in die Formel-1 zurück, um einen McLaren zu fahren. Der Dank der neuartigen Bauweise aus Kohlenstofffaser verstärkt im Kunststoff wesentlich sicherer war als die früheren Konstruktionen aus Aluminium. Die technische Veränderung der Wagen während seiner Pause war beträchtlich gewesen, vor allem durch den Ground-Effekt. Ich konnte nicht glauben, was mit den Wagen während meiner zweijährigen Abwesenheit geschehen war. Als ich zurückkam, hatte der Bodeneffekt seinen Höhepunkt erreicht und ich war erstaunt, dass ein Wagen so schlecht zu fahren sein könnte. Es waren eigentlich gar keine Autos mehr. Vor dem großen Preis von Südafrika war Lauda neben Didier-Pironie maßgeblich verantwortlich für den Streik der Fahrer gegen die neuen Bestimmungen der Superlizenz. Lauda interpretierte die Klauseln als potenziell schädlich für die Verhandlungsposition der Fahrer und mögliche Fahrerwechsel zwischen den Teams. Lauda und die anderen Fahrer drohten mit Boykott und verbarrikadierten sich in einer Suite eine Maßnahme, die Lauda für nötig hielt, um die Einheit der Piloten nicht zu gefährden. Lauda war fahrerisch sofort wieder konkurrenzfähig, obwohl das Team nur den leistungsmäßig unterlegenen Fortsaugmotor zur Verfügung hatte. Was sich besonders 1983 deutlich zeigte, er drängte auf den frühzeitigen Einsatz des bei Porsche konstruierten Tag-Turbo-Motors gegen den Willen seines Konstrukteurs John Barnard, der kein Kompromissauto für den Rest der Saison 1983 haben wollte. Beim großen Preis der Niederlande wurde erstmals der McLaren Tag Porsche Turbo eingesetzt. Er kam jedoch in keinem der vier ausstehenden Rennen 1983 mehr ins Ziel. Ende 1983 wurde Laudas Teamkollege John Watson von Aller Post ersetzt, dem Bayonneau gekündigt worden war. Niki Lauda war beim Eröffnungsrennen des umgebauten Nürburgrings am 12. Mai 1984 am Start. Zu diesem Schaurennen waren namhafte Rennfahrer der Gegenwart und Vergangenheit eingeladen, unter anderem Aller Post, Carlos Reutemann, John Watson, Jacques Lafitte und Klaus Ludwig sowie die ehemaligen Formel-1-Weltmeister Jack Brabham, Phil Hill, John Suertes, Danny Holme, James Hund, Alan Jones und Kieke Rosberg. Alle 20 Teilnehmer fuhren mit identischen Mercedes-Benz 190 je 2,3 bis 16 Tourenwagen. Da Lauda erst am Vorabend des Rennens anreisen konnte und beim Qualifikationslauf nicht dabei war, musste er das Rennen vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen und überholte alle vor ihm gestarteten Fahrer mit Ausnahme des damaligen Formel-1-Neulings Atten Senna, der dieses Rennen gewann. Dritte Weltmeisterschaft 1984 Die Weltmeisterschaft 1984 wurde ein Steilduell zwischen Lauda und seinem neuen Teamkollegen Prost, dessen Wechsel zu McLaren Lauda ursprünglich hatte verhindern wollen. Die McLaren dominierten in diesem Jahr und gewannen 12 von 16 Rennen. Lauda, der fünf Rennen in diesem Jahr gewann, entschied mit einem halben Punkt Vorsprung diese Weltmeisterschaft für sich. Dem knappsten Abstand in der Geschichte der Formel 1. Dabei war Lauda, anders als während seiner Zeit bei Ferrari, in der er vielmals die Pole-Position errang und im teaminternen Duell zumeist der Schnellere war, seinem Teamkollegen im Training meist unterlegen. Und erreichte nur selten dessen Geschwindigkeit. Anstatt sich auf das Training zu konzentrieren, begann Lauda deshalb, während der Trainings-Sessions an der Abstimmung seines Wagens für das Rennen zu arbeiten. Da ich wusste, dass ich ihn da nicht schlagen konnte, habe ich mich eben auf das Rennen konzentriert. Beim entscheidenden Rennen, dem großen Preis von Portugal, errang Prost zwar seinen siebten Saisonsieg. Lauda fuhr jedoch von einem hinteren elften Startplatz aus auf den zweiten Platz, der ihm für den Titelgewinn reichte. Unmittelbar nach seinem Titelgewinn äußerte sich Lauda generös über den niedergeschmetterten Prost und versicherte, dieser werde im nächsten Jahr sicher den Titel erringen. Ein Ende 1984 angedachter Wechsel zum Rennoteam kam nicht zustande. 1985 hatte Lauda eine Ausfallserie aufgrund technischer Probleme und sein Teamkollege Prost wurde überlegen Weltmeister. Lauda gewann nur einen Grand Prix, seinen 25. und letzten im niederländischen Zandvoort. Laudas Rücktritt zum Ende der Saison 1985 war beschlossen, Teamchef Ron Dennis schrieb dabei während der Pressekonferenz anlässlich Laudas Rücktritt. Dessen Erfolge ganz allein McLaren und dem Konstrukteur John Barner zu, Lauda lobte umgekehrt im Anschluss Dennis, kritisierte jedoch die Zusammenarbeit mit ihm und die teaminterne Stimmung. McLaren ist kein Team wie Brabham, wo jeder den anderen mag. Sein letztes Rennen fuhr Lauda somit beim großen Preis von Australien 1985, bei dem er in Führung liegend durch einen Reifendefekt ausfiel. Ein Angebot des damaligen Brabham-Chefs Säckelstone für 1986 lehnte Lauda ab. Luftfahrtunternehmer 1979 gründete Lauda die erste Lauda Air als Bedarfsfluglinie mit zwei Flugzeugen vor Kf 27. Nach der Neugründung starteten 1988 erste Linienflüge in den fernen Osten, seit 1990 hat die Lauda Air eine weltweite Linienflugkonzession. Am 26. Mai 1991 kam es beim Lauda Air Flug 004 zu einem schweren Unfall mit 223 Todesopfern. Eine Boeing 767 stürzte in Thailand ab. 1992 begann eine engere Zusammenarbeit mit der Lufthansa und 1997 beteiligte sich die Austrian Airlines zu 36% an der Lauda Air. 2001 wurde die Beteiligung zuerst auf 55%, dann auf 99% erhöht. 2002 wurde die Lauda Air ganz von der Austrian Airlines übernommen, Niki Lauda war bereits am 21. November 2000 aus der Fluglinie mit seinem Namen ausgeschieden. 2003 wurde die Lauda Air Teil der Austrian Airlines Group und betreibt zurzeit ein Flugzeug. Im Rahmen der Insolvenz der Aeroleut übernahm Lauda die Mehrheitsanteile an der Aeroleut Austria GmbH und gründete Ende November 2003 wieder eine eigene Fluglinie. Diese firmierte unter Niki Luftfahrt und nutzte in den ersten Monaten für ihren Außenauftritt den Marketingnamen Flyniki. Anfang 2004 wurde der Name der Fluglinie mit Niki festgelegt. Mit Air Berlin besteht eine enge Kooperation. Am 5. Juli 2010 gaben Air Berlin und Flyniki bekannt, dass Air Berlin seine Anteile auf 49,9% mit der Option zur vollen Übernahme aufstockt. Am 8. November 2011 wurde veröffentlicht, dass Lauda die restlichen Kapitalanteile an die Air Berlin übertragen habe. Lauda werde nach Medienberichten zudem den Posten eines Verwaltungsrats bei der Air Berlin PLC übernehmen. Anfang 2016 übernahm Lauda das Wiener Bedarfsflugunternehmen Amira Air. Die Fluggesellschaft führt mit ihren zwölf Businessjets Flüge für die gehobene Klientel durch. Insbesondere durch seine unternehmerischen Tätigkeiten konnte sich Niki Lauda ein großes Vermögen aufbauen, das auf insgesamt 200 Millionen Euro geschätzt wird. Sonstiges In den 1990er Jahren war Lauda wieder im Motorsport tätig und fungierte von 1993 bis 1995 zunächst als Berater beim erfolglosen Ferrari-Team, wo er zur Neuorganisation des Teams beitrug und hu. A. die Verpflichtung des damaligen Weltmeisters Michael Schumacher zur Saison 1996 mit Betrieb. Zudem wurde Lauda Co-Moderator der Formel-1-Sendungen Formel 1, Countdown und Formel 1 Highlights bei RTL. Bekannt ist auch sein Gastauftritt im Film Feuer Eis und Dynamit, in dem James-Bond-Darsteller Roger Moore die Hauptrolle spielte. Vom 6. Februar 2001 bis 26. November 2002 war Lauda beim britischen Formel-1-Team Jaguar beschäftigt. Im Oktober 2003 startete Lauda mit einem Partner in Wien den Leihwagenservice Lauda Motion GmbH. Er kopierte das Konzept der mobilen Werbung des deutschen Anbieters Max Hopp und vermietete mit Werbung beklebte Kleinwagen als rollende Litfass-Säulen. Am 7. Oktober 2009 wurde bekannt gegeben, dass Niki Lauda aus der Lauda Motion GmbH aussteigt. Sein Partner Stefan Miklauz übernahm Laudas 51%-Anteil und machte unter dem Namen City Motion weiter. 2004 wurde Lauda in den Aufsichtsrat der Rö-BB berufen, den er nach wenigen Monaten wieder verließ. 2006 war Niki Lauda als Ad-King in der Disney-Pixar-Produktion Kars zu hören. Im Oktober 2012 sagte Lauda als Zeuge gegen seinen früheren Kappensponsor Michael Seidel aus, mit dem er im Herbst 2010 einen Vier-Jahres-Vertrag mit einem Volumen von 1,4 Millionen Euro jährlich abgeschlossen hatte. Lauda machte auf seiner als sein Markenzeichen bekannten Kappe Werbung für die Money Service Group. Laut Lauda erhielt er nur den Geldbetrag von 400.000 Euro, außerdem wurde ihm eine wertlose Investition für 500.000 Euro verkauft. Ende September 2012 wurde Lauda zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Mercedes-Formel-1-Teams berufen. Anfang 2013 erwarb er 10% der Anteile an dem Rennstall. Da Laudas Nieren als Folge der Medikamente nach seinem Unfall in ihrer Funktion stark nachließen, wurden ihm nacheinander zwei Nieren transplantiert. Die erste spendete 1997 sein Bruder Florian, die zweite 2005 seine Lebensgefährtin Birgit Wetzinger. Die Rennsaison 1976 war Gegenstand des 2013 veröffentlichten Films R-USH – Alles für den Sieg. Lauda wurde ehrenhalber in die Lord's Gym Loge aufgenommen. 2016 bekam Lauda den Preis für das Lebenswerk bei den Laureus World Sports Awards. Erfolgsstatistik